Exkurs. Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Wem gehört das Meer? Die Ozeane zwischen Ausbeutung und nachhaltiger Nutzung von Professor Nele Matzlück. Gehalten am 31. Januar 2017 im Wissenschaftszentrum Bonn. Wem gehört das Meer? Wenn man diese Frage Ende des 15. Jahrhunderts gestellt hätte oder gestellt hat, dann war die Antwort ganz einfach. Die eine Hälfte der Welt, einschließlich der Ozeane, gehörte Spanien. Die andere Hälfte der Welt, einschließlich der Meere, gehörte Portugal. Das hatte 1493 Papst Alexander VI. durch eine päpstliche Bulle so bestimmt. Er hat also eine Linie gezogen, hat gesagt, die eine Hälfte der Welt gehört euch, die andere Hälfte der Welt gehört der anderen der beiden großen Seemächte. Die maßgebliche Trennungslinie lief von Pol zu Pol etwas westlich der Kap Verden. Alles westlich davon gehörte Spanien, alles östlich davon Portugal. Spanien und Portugal haben dann durch einen weiteren, durch einen bilateralen Vertrag, den Vertrag von Tordesillas, die Grenze noch so ein bisschen verlegt, aber im Grundsatz war man sich einig. Nicht so ganz, wo das auf der anderen Seite durch den Pazifik gehen sollte, aber die Aufteilung als solches fand man eigentlich eine ziemlich gute Sache. Wenn wir heute daran denken, dass ein Papst käme, der Papst käme, oder dass zwei Staaten unter sich die Welt aufteilen würden, die Herrschaft über die Ozeane aufteilen würden, dann erscheint uns das undenkbar. Ich werde in meinem Vortrag beginnen mit einem kurzen historischen Rückblick, bevor ich Ihnen die heutigen Grundlagen der Zuweisung staatlicher Herrschaft über die Meere darlege und dann in einem weiteren Schritt, das wird der Schwerpunkt meines Vortrages sein, nämlich zu den Auswirkungen dieser Aufteilung, dieser Zuweisung von Herrschaft über das Meer, Stellung und natürlich zu den Schwierigkeiten, die von dem heutigen rechtlichen Rahmen bedingt werden oder zumindest nicht aufgelöst werden. Sie sehen an dem Thema die Ozeane zwischen Ausbeutung und nachhaltiger Entwicklung. Irgendwie muss man versuchen, eine Balance zu finden. Das große Stichwort hier ist immer gar nicht mehr nur das Seerecht, auch wenn sich das durch meine Vita so durchzieht, sondern ein etwas, heute ist glaube ich Tag des Anglizismus, Ocean Governance. Also irgendwie eine Form von nicht Regierung, aber Steuerung der Nutzung der Meere. Und Sie werden sehen, es geht immer darum, einen Ausgleich zu finden. Wir haben ganz viele Interessen. Staaten haben ganz viele Interessen am Meer. Aber nicht nur Staaten, sondern wir alle haben Interessen am Meer. Wenn Sie an das Meer fahren, um sich zu erholen, dann genießen Sie die Ästhetik. Sie wollen den Blick. Sie wollen nicht unbedingt auf einen Windpark gucken oder auf eine Ölförderungsplattform. Trotzdem sind auch das natürlich legitime Interessen, denn im Winter warm haben wollen wir es auch. Also geht es hier und Fisch essen womöglich auch, obwohl dazu kommen wir nachher, man das eigentlich vielleicht nicht mehr tun sollte. Im Anschluss an diese ganzen Fragen, die ich, wo ich Ihnen einen kurzen, einen eher kosuchischen Überblick geben möchte, haben wir noch Zeit für Fragen aus dem Publikum und für eine hoffentlich lebhafte Diskussion. Der will nicht? Dann in die Richtung. Hier sehen Sie Alexander, den sechsten und daneben eine Abschrift dieses Vertrages. von Todesillas. Ganz unproblematisch, ich habe eben so gesagt, die Frage war ganz einfach zu beantworten. Ganz unproblematisch war die Teilung der Welt natürlich auch durch päpstliche Bulle nicht, denn man stritt weiter darum, wo der andere Seite die Linie verlaufen sollte. Beide Staaten wollten die Molukken für sich haben und außerdem waren andere Seemächte da, Frankreich, Großbritannien, die diese Aufteilung zwischen Spanien und Portugal überhaupt nicht gutierten. Förmlich aufgehoben wurde diese Demarkationslinie übrigens erst 1750. Da war die Herrschaft über Länder und über die Meere aber längst in der Realität anders geregelt. Ende des 16. Jahrhunderts, Sie sehen, wir sind mitten in dem historischen Rückblick, Ende des 16. Jahrhunderts beanspruchten, um nicht zuletzt am sehr lukrativen Gewürzhandel teilzunehmen. Als dann ein niederländisches Schiff von Portugal festgehalten wurde, die Portugiesen sagten, der Papst hat uns diesem Ozean zugewiesen, ihr dürft hier gar nicht durch. Mit der Durchfahrt, mit der Zuweisung der Herrschaft geht ein Handelsmonopol einher. Da engagierten die Niederländer einen jungen Juristen namens Hugo Grotius, der in seiner Schrift Demare Liberum über das freie Meer sagte, die Ozeane sind so groß, die können gar nicht Gegenstand staatlicher Herrschaft sein. Wenn das aber der Fall ist, er ist auch davon ausgegangen, sie sind so groß und so unendlich, sie könnten jegliche Form von Verschmutzung aufnehmen und der Reichtum an natürlichen Ressourcen sei unerschöpflich. Wir wissen heute, dass das leider eine Fehleinschätzung war. Trotzdem der Kerngedanke von Grotius war, man muss eine freie Freiheit der Schifferei haben und freie Durchfahrt, Freiheit der Schifffahrt, denn über solche Wassermassen kann kein Staat alleine gebieten. Ich will jetzt diesen historischen Rückblick nicht zu sehr ausufern lassen. Britische Gelehrte vor dem Hintergrund des britischen Empires haben dagegen angeschrieben, haben gesagt, nein, 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 derjenige, der die Herrschaft über das Land hat, der muss natürlich auch die Herrschaft über das Meer haben, das Mare Klausum, das geschlossene Meer, wenn man so viele Gebiete beansprucht wie das Vereinigte Königreich, damals dann liegt dieser Gedanke nahe. Wir kommen von diesem Gedanken der Briten, derjenige, der über das Land gebietet, der muss auch über das Meer gebieten, schon zum heutigen Seerecht. Eine ganz einfache Faustformel, die der internationale Gerichtshof bis in unsere Zeit hinein transportiert hat, ist keine Küste, keine staatliche Hoheit über Meeresräume. Das, was ein Staat, der räumlich über das Meer Gewalt, Staatsgewalt ausübt, von anderen Staaten unterscheidet, ist die Küste. Die Rechte am Meer folgen den Rechten am Land. Damit will ich sie im Einzelnen gleich gar nicht belasten. Ich wollte nur verdeutlichen, dass diese Faustformel, derjenige, der über das Land gebietet, der gebietet auch über das Meer inzwischen durch eine Vielzahl von Zonen mit unterschiedlichen Graden an Einfluss untermauert ist. Gleichzeitig schließt diese Faustformel keine Küste, keine Herrschaft über das Meer eine Vielzahl von Staaten gänzlich aus, nämlich ungefähr 45. Die werden nicht ausgeschlossen von der Nutzung der Meere. Das heißt, ausbeuten dürfen sie trotzdem. Wir werden nachher sehen, in welchem Maße und nach welchen Regeln. Aber räumliche Herrschaft über Meeresgebiete können diese Staaten nicht ausüben. Trotzdem haben sie maritime Interessen. Wenn Sie an den Tschad denken. Der Tschad ist 2009 dem Seerechtsübereinkommen beigetreten. Niger, vier Jahre zuvor. Nepal beispielsweise schon 1998. Das heißt, Nepal ist einer der 168 Vertragsstaaten zum Seerechtsübereinkommen. Wenn man sich jetzt so vor seinem inneren Auge vergegenwärtigt, wo und unter welchen geografischen Bedingungen Nepal liegt, liegt es sehr fern. Die Mongolei, Partei seit 1996, Österreich seit 1995. Und Helmut Türk war neun Jahre lang Richter für Österreich am internationalen Seegerichtshof in Hamburg. Wenn man das Studierenden erzählt, dann lachen die erst mal und sagen, was soll denn in Österreich am internationalen Seegerichtshof? Sie müssen bedenken, dass gerade die Binnenstaaten ein besonderes Interesse haben, gehört zu werden, Sonderregelungen zu haben. Denn sie brauchen, um Zugang zu haben zum Meer, um Nutzungsrechten, Nutzungsinteressen nachzukommen, müssen sie über fremdes Staatsgebiet. Wenn ich zum gar nicht hinkomme, kann ich auch nicht fischen. Wenn ich keine Heifen benutzen dürfte oder nur den von dem Staat, dem Transitstaat, der mir Zugang gewährt, dann kann ich mich am internationalen Handel nicht beteiligen. Demgegenüber sind die Staaten, die sowieso eine Küste haben, die also Meeresgebiete wasserseitig ihre Strände beanspruchen, die haben ohnehin inhärente Rechte über die natürlichen Ressourcen. Die sind nicht mehr gänzlich unbeschränkt, aber sie haben Rechte, die sich unmittelbar aus ihrer Souveränität ergeben. Die Binnenstaaten müssen darum kämpfen. Und es ist mehr als ein Krieg darüber geführt worden, Zugang zum Meer zu behalten oder wiederzuerlangen. Wenn Sie an den Konfliktdenken zwischen Äthiopien und Eritrea, zum Zeitpunkt des Abspaltens von Eritrea, war ein wesentliches Interesse Äthiopiens daran, Eritrea zu behalten, dass mit Eritrea der einzige Zugang zum Roten Meer verloren gegangen ist, der einzige Hafen. Äthiopien ist seitdem ein Binnenstaat, ein Landlocked State. Das Seerechtsübereinkommen kennt für diese Staaten auch noch einen anderen Begriff auf Englisch, den geographically disadvantaged, die benachteiligten Staaten. Kein Staat möchte von einem Küstenstaat zu einem benachteiligten Staat werden. Der Vertrag von Versailles, wenn wir noch mal historisch etwas weiter zurückgehen, sah ein polnischen Korridor vor, um Polen weiterhin Ostseezugang zu gewähren. Die Schaffung der freien Stadt Danzig, zu der Polen Zugang hatte, hatte den Zweck, Zugang zum Meer zur Ostsee zu gewähren. Noch ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Bosnien und Herzegowina hat so einen langen Korridor, der das kroatische Staatsgebiet an der Adria-Küste teilt und hat 20 Kilometer Küste. Die Stadt Neum, das ist der Zugang. Bosnien und Herzegowina ist kein Binnenstaat. De facto ja, weil Neum leider keinen Handelshafen hat. Man ist angewiesen auf den kroatischen Handelshafen, aber im Zuge der Friedensverhandlungen hat man garantiert diesen Korridor, um eine Anbindung an das Meer zu erhalten. Neben vielen anderen rechtlichen und politischen Fragen ist es auch eine Ursache der Streitigkeiten zwischen China, Vietnam, Malaysia, Taiwan, anderen Anrainern im südchinesischen Meer. Wem welches dieser Inselchen eigentlich gehört? Denn nur wenn mir die Inseln gehören, nach dem geltenden Seerecht, dann kann ich Nutzungsrechte, räumliche Herrschaft über das Wasser drumherum beanspruchen, inklusive der entsprechenden Ressourcen. Ich gehe auf China nachher nochmal gesondert ein. Die Chinesen verfolgen einen etwas anderen Ansatz. Einer von vielen Argumentationen der Chinesen ist zu sagen, nein, das geht eigentlich andersrum. Nicht das Recht am Wasser folgt dem Land, sondern uns gehört das gesamte Wasser. Und da drin sind dann eben auch diese Inselchen, Felsen. Uns gehört sowieso schon alles. Kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Jetzt sind wir hier bei meiner Folie. Wie weit reichen jetzt die Hoheitsgewässer? Und Sie sehen hier schon Hoheitsgewässer eingetragen. Hier zwölf Meilen, Seemeilen in diesem Fall. Im 17. Jahrhundert galt die sogenannte Kanonenschussregel. Ein weiterer Niederländer, Hugo Grotius, hatten wir schon. Ein weiterer Niederländer, Cornelius van Binkershoek, wird zugeschrieben, dass er die erfunden hätte. Das ist nicht ganz richtig, aber er hat sie, wir würden heute sagen, öffentlichkeitswirksam formuliert und bestätigt. Der sagte, es sind drei Seemeilen. Denn so weit ungefähr konnte man mit herkömmlicher Artillerie zu der Zeit sein Meer verteidigen. Auf Latein, es gibt einen schönen Spruch dazu, auf Latein, Tere Dominum Finitur, Ubi Finitur Amorium Vis. Die Herrschaft endet dort, wo die Kraft, wo die Macht der Waffen endet. Davon haben wir uns lange verabschiedet. Das würde heute wenig Sinn machen, wenn Sie an entsprechende Langstrecken, Waffen und ähnliches denken. Trotzdem konnte man sich sehr, sehr lange nicht einigen, wie breit diese Zone sein sollte. Einige Staaten blieben bei den drei Seemeilen, andere haben gesagt, sechs, einige zwölf, einige fünfzig. Und Peru geht weiterhin davon aus, bis heute, es gäbe so eine 200 Seemeilenzone, die es Maritime Dominion nennt. Das ist etwas anderes als diese ausschließliche Wirtschaftszone, zu der wir gleich noch kommen, sondern es soll eher so eine Art Territorialgewässer sein. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass Peru nicht Partei zum Seerechtsübereinkommen geworden ist, wie andere 168 Staaten. Wir haben also einen Vertrag, der fast universelle Geltung beansprucht. Das heute anerkannte Limit liegt bei maximal zwölf Seemeilen. Gemessen wird das von den Basislinien, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, ich blinke das hier mal so an, von den Basislinien. Die Basislinien ist vereinfacht gesprochen und es gilt nicht für alle Fälle, aber es ist ja keine Vorlesung, sondern ein Überblick von der Niedrigwasserlinie. Man misst also von, man muss wissen, und dafür braucht man wissenschaftliche Meeresforschung, man muss wissen, wo seine Niedrigwasserlinie entlang der Küsten verläuft und von dort misst man. Was passiert, wenn der Meeresspiegel steigt? Wenn der Meeresspiegel steigt, muss ich eigentlich meine Zonen anpassen. Das heißt, wenn mir die Küste hier immer weiter wegbricht, dann ist die Grenze meiner Hoheitsgewässer irgendwann nicht mehr hier, sondern eigentlich da oder da. Das heißt, Staatsgebiet kann schrumpfen. Staaten sind nicht besonders engagiert, wenn es darum geht, diese Basislinien neu zu definieren, wenn sie Territorium verlieren. Sie versuchen vielmehr durch Aufschüttung den Status Quo zu erhalten. Wenn man künstlich vorbaut, gilt das natürlich nicht. Man kann nicht künstlich nach außen verlagern das nur dazu. Aber wenn Inseln verloren gehen und sei es das gesamte Staatsgebiet, dann kann ein Staat aufhören zu existieren und verliert nicht nur einzelne Inseln, sondern jeglichen Anspruch auf das darum liegende Meer. Der Klimawandel mit entsprechendem Anstieg des Meeresspiegels hat schon zur Lösung von Streitigkeiten geführt. Im Golf von Bengalen gab es eine Insel, die von zwei Staaten dazu geführt hat, dass Staaten sich nicht einigen konnten auf eine Mittellinie, weil sie ungünstig lag. Sie ist verschwunden und hat den Weg freigemacht für eine gütliche Einigung. Das ist sicherlich ein Sonderbeispiel, eher eine Anekdote. Das hilft natürlich kleinen Inselstaaten wie Tonga, Tuvalu, Ähnlichem überhaupt nicht weiter. Was darf ich jetzt in dieser Zwölf-Seemeilen-Zone maximal? Letztlich alles. Es wird behandelt, wie es gehört zum Staatsgebiet, das beinhaltet den Sand und das Land, den Grund darunter und die Luftsäule darüber. Das gesamte nationale Recht eines Staates gilt dort. Das heißt auch, wer dort fischen darf, wer dort nach Öl bohren darf, Öl bohren ist wahrscheinlich unrealistisch, aber wer zum Beispiel Sand ausbaggern darf. Jegliche Form der Ressourcennutzung und der sonstigen Nutzung wird vom Staat geregelt. Es ist übrigens ein Trugschluss, das vielleicht auch als Anekdote oder als praktische Lebenshilfe, als praktischer Hinweis. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass Schiffe unter fremder Flagge irgendwie schwimmendes Territorium wären. Wenn ein Schiff unter fremder Flagge hier in dieses Küstenmeer kommt, hat es das Recht auf friedliche Durchfahrt. Es gibt aber einen langen Katalog an Dingen, die die Durchfahrt unfriedlich machen und ansonsten unterliegt dieses Schiff vollumfänglich der nationalen Regelungsgewalt. Das heißt, es gilt das nationale Strafrecht, es gilt das Arbeitsrecht nicht auf den Schiffen, aber es gelten sämtliche umweltrechtliche Regelungen gelten für diese Schiffe. Es gab vor einiger Zeit einen Fall in Kiel, da hat ein Kreuzfahrtschiff angelegt und darauf befand sich jemand, der mit Haftbefehl gesucht wurde in Deutschland und er erwähnte sich in Panama oder ähnlichem und ist extra nicht von Bord gegangen und war einigermaßen überrascht, als die Polizei dann vor der Kabinentür stand und ihn natürlich locker flockig festgenommen hat, weil natürlich die deutsche Staatsgewalt bis auf dieses Schiff reichte. Das Gesicht hätte ich zu gerne gesehen. Gut, denken wir an diesen Rückzug der Basislinien oder den Untergang von Staaten, dann haben wir schon eine Schwierigkeit benannt, vor der heutige Regelungen auch seerechtliche Regelungen stehen. Wir haben dafür kein Instrumentarium. Wir können mit dem gänzlichen Verlust von Staatsgebiet, von kleinen Inselnschaaten rechtlich nicht umgehen. Man empfindet es als eklatant unfair, dass die Staaten, die zum Klimawandel nicht beigetragen haben, die ersten sind, die im wahrsten Sinne des Wortes untergehen, aber wir haben keine rechtlich, seerechtlich ist die Lage, klar. Keine Insel, keine Herrschaft über das Meer, kein Staat. Viel wichtiger als das Küstenmeer, wenn wir an die Ausbeutung der Ozeane denken, ist die sogenannte ausschließliche Wirtschaftszone. Die sehen Sie hier in diesem Grün. Das sind bis zu 200 Seemeilen. Das ist eine unglaubliche große Wasserfläche, wenn man eine einigermaßen lange Küste hat und nicht nur die 20 Kilometer, die Bosnien-Herzegowina für sich beanspruchen darf, in der ein Staat zwar keine vollumfängliche Hoheitsgewalt hat, das gehört nicht mehr zum Staatsgebiet, aber Nutzungsrechte. Und nimmt man das Kontinentalschelf, den Festlandsockel noch hinzu, Nutzungsrechte an allen lebenden und nicht lebenden Ressourcen. Das heißt Fische, Öl, Gas, aber auch Windenergie. Darüber bestimmt der Küstenstaat. Gleichzeitig darf er seine Umweltgesetzgebung so weit ausdehnen und also auch dafür Nachhaltigkeit sorgen. Es liegt aber in der Regelungs- und in der Durchsetzungsgewalt des Küstenstaates. Die ausschließliche Wirtschaftszone endet bei maximal 200 Seemeilen. Den Festlandsockel kann man erweitern. Und auch das führt gelegentlich zu Spannungen und ich komme darauf nachher im Zusammenhang mit der Arktis noch einmal zurück. Die hohe See, also alles, was sich anschließt und der Tiefseeboden sind staatsfrei. Das heißt nicht regelungsfrei. Ich bin vor einiger Zeit eingeladen worden zu einem Vortrag, der vorläufig betitelt war mit Die hohe See, das schwarze Loch des Völkerrechts. Aus verschiedenen Gründen kein ganz glücklicher Titel, aber auch wenn man es auf die Regelungen bezieht, falsch. Die hohe See ist geregelt. Vielleicht nicht so gut, wie sie geregelt sein könnte, aber einen regelungsfreien Raum haben wir nicht. Wir haben einen staatsfreien Raum und im Übrigen sind hohe See und Tiefseeboden sehr unterschiedlich, auch was die Nutzung von Ressourcen anbelangt, sehr unterschiedlich geregelt. Wir haben einen Katalog von Freiheiten der hohen See, dazu gehört weiterhin die Fischerei, dazu gehört die Schifffahrt, das Verlegen von Kabeln, die wissenschaftliche Meeresforschung, das Bauen künstlicher Inseln. All das darf man auf hoher See, aber man muss, man darf die Interessen der anderen Staaten, und das sind alle, auch Nepal und die Mongolei, diese Interessen muss man in Ausgleich bringen. Es gibt keine Priorität. Also die Schifffahrt hat nicht Vorrang oder das Bauen künstlicher Inseln hat keinen Vorrang automatisch vor der Fischerei, sondern man muss die Interessen in Ausgleich bringen. Das Seerechtsübereinkommen sagt uns aber nicht, wie das geht. Die Ressourcen der Tiefsee werden verwaltet von der Meeresbodenbehörde, die auf Jamaika sitzt, eine internationale Organisation, die mit dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen gegründet worden ist, die sich vorbereitet, die sich seit mehr als 20 Jahren, fast 30 Jahren darauf vorbereitet, dass wenn es irgendwann losgeht mit dem kommerziellen Abbau von mineralischen Ressourcen der Tiefsee, dass sie dann entsprechende Lizenzen vergibt. Sie vergibt jetzt schon Lizenzen für die Exploration. Auch Deutschland hat verschiedene Lizenzen im Pazifik für die Exploration, für die wirtschaftliche Begutachtung von mineralischen Meeresressourcen. Manganknollen, die liegen da unter anderem so herum wie große schwarze Kartoffeln. Wie gesagt, bisher hat die Meeresbodenbehörde noch nicht so viel zu tun, insbesondere muss sie noch nicht irgendwie verteilen und für einen gerechten Ausgleich sorgen, denn der Tiefseeboden, anders als das gesamte sonstige Bereich der Meere, gilt als das gemeinsame Erbe der Menschheit. Das heißt, es gibt eine Behörde, die verwaltet und es muss auch irgendwie einen Ausgleich geben zwischen denen, die dort Ressourcen irgendwann vielleicht kommerziell fördern und denen, denen die technischen Möglichkeiten dazu fehlen. Ich komme damit zu meinem dritten, zu meinem Hauptteil, nämlich den Schwierigkeiten und den Herausforderungen zwischen, vielleicht gehe ich noch einmal weiter, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, wie die Herrschaft, wenn man vom Land hier kommt, immer schwächer wird. Sie sehen das gekennzeichnet dadurch, dass es immer heller wird. Also im Landwärts der Basislinien, auch da kann immer noch Wasser sein, gibt es gar keine Sonderregelung. Das heißt, was hier als innere Gewässer steht, alles was zwischen Strand und Basislinien liegt, was vielleicht auch gar nicht immer überspült ist, gilt aber auch für Häfen und für Flussmündungen, das wird behandelt wie Land. Da gibt es nicht mal das Recht friedlicher Durchfahrt. Das heißt, wenn Schiffe in einen Hafen wollen, dann können sie sich auf das Recht friedlicher Durchfahrt dort nicht mehr berufen, sondern nur auf einen diskriminierungsfreien Zugang. Aber Staaten können ihre Häfen für Schiffe sperren. Zum Beispiel für illegale Fischereischiffe. Oder wie vor einigen Jahren oder seitdem, seit der Krim-Krise hat das Auswärtige Amt die Einfahrtgenehmigung für eine russische Fregatte, die immer zur Kieler Woche kommt, untersagt. Das Schiff darf nicht mehr kommen. Es dürfte weiterhin durch die Ostsee fahren. Friedliche Durchfahrt gilt auch für Kriegsschiffe, auch für U-Boote, die müssen nur an der Oberfläche fahren. Aber den Hafen anlaufen darf es nicht. Was dazu geführt hat, dass ich, die ich gleichzeitig ein Visum für Russland beantragen musste, ungefähr drei Monate darauf gewartet habe. Aber gut, das nur am Rande. Also die inneren Gewässer, dazu gehören sämtliche Häfen, unterliegen der gleichen Regelung wie an Land. Im Prinzip gilt dies auch für das Küstenmeer mit der Ausnahme des Rechts auf friedliche Durchfahrt. Und dann haben wir diese ausschließliche Wirtschaftszone, wo ich noch Nutzungsrechte habe, die natürlich wirtschaftlich interessant sind, insbesondere für die Fischerei. Einen möglicherweise erweiterten Festlandsockel und dann schlussendlich die Hohe See. Jetzt sind wir aber bei den Schwierigkeiten und Herausforderungen. Die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wenn wir an den Schutz der Meere denken, ist die Überfischung und die Verschmutzung. Alles, was mit dem Klimawandel zu tun hat, kommt noch dazu. Das lässt sich auch teilweise als Verschmutzung qualifizieren, nämlich zum Beispiel die Übersäuerung der Meere. Die Herausforderungen sind verschiedener Gestalt und ich möchte das gerne sehr klar unterscheiden. Zum einen gibt es für einige Bereiche unvollständige Regelungen, also wenn Sie so wollen, schlechtes Recht oder zu wenig Recht. Das gilt, zum Beispiel ist die Fischerei auf hoher See nicht in allen Bereichen und nicht für alle Bestände gleich gut geregelt. Dort fehlen uns schon Regelungen. Die Nutzung, die Erforschung und die spätere Nutzung von genetischen Ressourcen, von biologischen Ressourcen auf hoher See und am Tiefseeboden ist bisher nicht geregelt. Man versucht gerade ein Regelungswerk zu schaffen. Bisher ist dort, wenn Sie so wollen, eine Lücke. Schlechtes Recht, zu wenig Recht. Aber viel wichtiger erscheint mir, dass bestehende Regelungen schlecht durchgesetzt werden. Wir haben grundsätzlich nicht ein zu wenig an Recht im Bereich des internationalen Seerechts. Das gilt im Übrigen auch für die Menschenrechte. Wir haben kein zu wenig an internationalen Menschenrechtspakten. Aber die Durchsetzung funktioniert in sehr vielen Staaten ausgesprochen schlecht. Das können Sie mit dem Seerecht ein bisschen vergleichen. Wir haben ein sehr ausdifferenziertes Seerecht. Nicht nur das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, sondern mit, da es ein bisschen als rechtlicher Rahmen fungiert, mit einer Vielzahl von Abkommen, die bestimmte Bereiche regeln. Zum Beispiel die Verklappung von Abfällen. Das ist sehr gut geregelt. Auf dem Papier. Nicht unbedingt in der Durchsetzung. Das Völkerrecht leidet insgesamt an einem Durchsetzungsdefizit und das gilt auch für das Seerecht. Ein ganz erhebliches Problem in dem Zusammenhang ist die illegale Fischerei. Auf Englisch, wenn wir gerade heute bei den Anglizismen und den Akronymen sind, sogenanntes IUU Fishing, Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, Fisheries. Das ist ein ganz erhebliches Problem. Auch da gibt es Regelungen. Und wenn ein Staat hier bis hier die ausschließliche Wirtschaftszone seiner eigenen Fischereiregelungen machen kann, es aber nicht schafft, die durchzusetzen, dann haben wir eine erhebliche Überfischung. Die meisten Fischbestände befinden sich in diesen 200 Seemeilen. Es ist kein Zufall, dass man 1982, als man das Seerechtsübereinkommen verhandelt hat, eine so große, es ist weiter, weil es die ausschließliche Wirtschaftszone ist, wir können es einmal Fischereizone nennen, eine so große Fischereizone geschaffen hat. Man wollte insbesondere den Entwicklungsländern größere Herrschaft über Ressourcen geben, um sie endlich auch wirtschaftlich unabhängig zu machen von den vorherigen Kolonialmächten. Das war ein Gedanke. Mehr Ressourcen für die Küstenstaaten. Die Entwicklungsländer, die gerade unabhängigen Entwicklungsländer waren sehr stark in den Verhandlungen. Durch das gesamte Seerechtsübereinkommen zieht sich der Gedanke der neuen wirtschaftlichen Weltordnung, den wir inzwischen wieder beerdigt haben, aber er zieht sich durch das Seerechtsübereinkommen. Sie finden es an verschiedener Stelle. Das war die eine Idee. Die zweite Idee hinter dieser Wirtschaftszone war die Vermeidung der Almendeproblematik, also der Tragödie des Gemeingebrauchs. Man hat sich überlegt, wie auf der kleinen Gemeindewiese, dass wenn ich mehr Rechte dem Küstenstaat gebe, dann passt er auch besser darauf auf. Wenn ich die hohe See habe, wo letztlich alle kommen dürfen, auch das ist nicht mehr wirklich der Fall, aber für einige Bestände gilt es. Wenn ich ein Windhundprinzip habe, wenn der, der am schnellsten, am meisten fischt, gewinnt, dann habe ich keinen Anreiz für Nachhaltigkeit. Wenn ich aber den Küstenstaaten sage, das sind eure Ressourcen, ihr habt die ausschließlichen Nutzungsrechte, dann war der Gedanke, dass der Staat dann mittel- und langfristig orientiert auf die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien dringt, die es gibt im Seerechtsübereinkommen. Das hat leider nicht funktioniert. Teilweise lassen sich Staaten schlicht nicht von den Nachhaltigkeitskriterien leiten und denken, das, was ich jetzt habe, ich gebe so viele Lizenzen raus, wie ich kann, das ist mir jetzt viel, mir ist der Rock näher als das Hemd, ich nehme so viel mit, wie ich jetzt kann, wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert. Vielleicht fischen es sonst auch die anderen. Vielleicht kommen die illegalen Flotten und fischen es, dann gebe ich ja lieber Lizenzen raus. Das ist ein möglicher Grund. Teilweise kann ein Küstenstaat seine ausschließliche Wirtschaftszone gar nicht effektiv kontrollieren. Wenn Sie daran denken, dass zudem Fische relativ unbeeindruckt sind von einer menschlichen Verzonung und einer Verwaltung. Einen Fischbestand ist es relativ egal, wo die ausschließliche Wirtschaftszone von Angola endet und die hohe See beginnt. Und wir haben die Fälle gehabt. Kanada hat Spanien deswegen bis vor entsprechende Gerichtsverfahren gebracht. Wenn ich meine Flotte, meine Fischereiflotte hier postiere, genau an der Grenze zur ausschließlichen Wirtschaftszone, kann ich da alles abfischen. Und wenn der Küstenstaat eine große Küste hat, ein Entwicklungsland ist, was nicht effektiv kontrollieren kann, dann fahre ich eben auch rein und fische illegal. Denken Sie an Somalia. Denken Sie an Somalia, wo man inzwischen so weit gegangen ist, zu sagen, das Problem der Piraterie, die hat sich inzwischen verlagert, aber das Problem der Piraterie ist ein hausgemachtes, weil es ist vielleicht ein bisschen simplifiziert, aber man gesagt hat, die, die früher gefischt haben, die sind jetzt Piraten. Denn die können nicht mehr fischen. Das haben internationale Fischereiflotten aufgefischt, die haben die Bestände komplett zum Kollaps gebracht und deshalb sind das jetzt Piraten. Wie gesagt, ich glaube, diese 1 zu 1 Übertragung ist ein bisschen vereinfacht, aber der dahinterstehende Gedanke ist sicherlich richtig, denn in Somalia kontrolliert überhaupt niemand die Einhaltung. Es gibt keine Regelung zur Fischerei und dementsprechend auch keine Kontrolle. Aber selbst wenn wir nicht auf einen gescheiterten Staat blicken, sondern auf andere Staaten, zum Beispiel an Angola, ich hatte es eben schon erwähnt, oder Mosambik, beide haben sehr lange Küsten. Mosambik steht, ich habe es vorher nachgeguckt, auf dem Human Development Index auf Platz 188. Sehr viel weiter nach unten kann man nicht. Und die Vorstellung, dass Mosambik eine effektive Küstenwache hat, die jetzt guckt, ob die Fischereilizenzen eingehalten werden, erscheint sehr weltfremd. Auf hoher See Entschuldigung. Oh nein, so weit weg wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich genau da bleiben. So, mit dem Pointer. Auf hoher See gilt außerdem, und das ist eine der weiteren großen Schwierigkeiten in den allermeisten Fällen das Flaggenstaatsprinzip. Das heißt, dass selbst ein Militärschiff, ein deutsches Militärschiff, was auf der Hohen See herumfährt, was es da, freie Schifffahrt, freie Durchfahrt, ein Schiff unter der Flagge von Liberia sieht. Ich könnte ganz viele ohne Liberia als Billigflaggenstaat zu Brandmarken. Mir fällt eine ganze Reihe von Flaggenstaaten ein, wo die Kontrolle problematisch ist. Ein Schiff unter liberianischer Flagge sieht und das verklappt Atommüll. Und bei Atommüll besteht gar kein Zweifel, es ist verboten. Nicht alle Staaten sind Partei zum Übereinkommen über Dumping, aber das Verklappen von Atommüll im Meer ist verboten. Und eine deutsche Fregatte sieht dieses Schiff auf hoher See und das schmeißt Fässer mit Atomzeichen über Bord. Es kann das Schiff nicht stoppen. Es kann das Schiff nicht anhalten, es kann das Schiff nicht davon abbringen. Es kann anrufen bei den liberianischen Behörden und sagen, hört mal zu, wir sehen hier ein Schiff von euch, das verklappt Atommüll. Und dann müssen die liberianischen Behörden sagen, ja, wir kümmern uns darum. Und das ist das Ende dieser Geschichte. Vielleicht tun sie es, vielleicht tun sie es nicht. Das ist das Flaggenstaatsprinzip. Auf einen sehr einfach heruntergebrochen. Das heißt, die Kontrolle auf hoher See funktioniert überhaupt nicht. Sie funktioniert für Piraterie, da hat man Sonderregelungen geschaffen, das Bekämpfen von Piraten, das ist ein Ziel seit der Antike. Da ist man sich einig gewesen, dass andere Staaten kontrollieren dürfen und im Übrigen dann auch Piraten überall der Prozess gemacht werden kann. Das heißt, dass in Hamburg am Landgericht, nicht am Seegerichtshof, am Landgericht Piratenprozesse geführt worden sind, ist ein Ausfluss dessen, dass jeder Piraten vor Gericht stellen darf. Auch wenn die eigenen Schiffe nicht betroffen sind. Aber was für Piraterie gilt, gilt zum Beispiel nicht für Umweltverschmutzung und nicht für illegale Fischerei. Man versucht diesem Flaggenstaatsprinzip bei der Fischerei etwas entgegenzusetzen, die Hafenstaaten und sagt, da müssen die Hafenstaaten eben besser kontrollieren, denn irgendwo muss ich mit diesem Fisch ja hin. Selbst wenn er auf See verarbeitet wird, eingefroren wird, zu Fischstäbchen verarbeitet, eingefroren im Karton. Irgendwo muss ich damit an Land. Und da kommen die Hafenstaaten ins Spiel, es funktioniert, aber nicht in gleichem Maße, nicht überall gut. Die Regelungen sind verhältnismäßig kompliziert und gelten nicht für alle Bestände und nicht für alle Schiffe. Also um diese Problematik der Flaggenstaaten kommt man nicht herum, nicht gänzlich herum. Um das Problem der Billigflaggen, der sogenannten Billigflaggen auch nicht. Natürlich haben die Flaggenstaaten die Pflicht, ihre eigenen Schiffe zu kontrollieren. Und der Seegerichtshof hat in einem Gutachten, in einem Rechtsgutachten, was nicht verbindlich ist, aber große Anerkennung erfahren hat, festgestellt, dass ein Staat eben nur so viele, da ging es um Fischerei, Fischereischiffe registrieren darf, wie er effektiv kontrollieren darf. Das ist ein guter Gedanke, gilt aber derzeit nicht für viele Billigflaggen. Sie müssen, wenn Sie ein Schiff auf den Marshall Islands registrieren wollen, müssen Sie dort nicht mal hin. Sie müssen nicht mal einen Brief schicken an die Marshall Islands, denn der Anwalt, der das regelt für die Marshall Islands, sitzt, ich meine, in Texas. Das heißt, weder Sie noch Ihr Schiff muss dort hin. Es gibt nicht mal eine Adresse dort. Das ist, glaube ich, recht vielsagend. Ein weiteres Problem, und damit komme ich schon langsam zum Ende, ist, dass sich, dass Institutionen, und es gibt Institutionen natürlich, die sich mit dem Seerecht, mit der Verwaltung der Meere befassen, dass diese Institutionen aber da an die Grenzen ihrer Zuständigkeit kommen, wenn die Ausübung staatlicher Herrschaft von zwei oder mehr Staaten über Meeresgebiete bestritten wird. Wir haben keinen verbindlichen Regelungsmechanismus, der über Souveränität entscheidet. Wenn ich weiß, wem irgendwelche Erhebungen gehören, dann kann ich sagen, war das eine Insel, dann gibt es nämlich auch eine ausschließliche Wirtschaftszone, oder war das nur ein Felsen, dann bleiben wir beim Küstenmeer. Wenn ich aber darum streite, wem diese Erhebungen gehören, dann hat das internationale Seerecht keinen rechtlichen Rahmen, keine Handhabe. Die Festlandsockelgrenzkommission. Die Festlandsockelgrenzkommission, nur um zu sagen, dass es also wirklich Verwaltung gibt, die sich auch anhört wie gute deutsche Verwaltung. Die Festlandsockelgrenzkommission zum Beispiel gibt Empfehlungen dazu ab, wenn man seinen Festlandsockel hier erweitern will, gibt sie Empfehlungen ab. Sie entscheidet nicht, sie gibt Empfehlungen ab, aber dann nicht, wenn es um ein Meeresgebiet geht, was umstritten ist, was mehrere Staaten für sich beanspruchen. Das ist die Situation im zentralen arktischen Ozean, wo Russland entsprechende Eingaben gemacht hat, aber Kanada und Dänemark, Schrägstrich Grönland auch in verschiedenen Stadien. Aber dieses Gebiet, die Festlandsockelgrenzkommission, wird für dieses Gebiet, nämlich den Nordpol, Sie lesen das in der Presse, der Kampf um den Nordpol, für den Nordpol wird diese Kommission keine Empfehlungen geben können, weil die Staaten sich nicht einig sind. Jeder sagt, das Kontinentalschelf geht von meiner Seite aus. Vielleicht stimmt das sogar. Das heißt, hier werden Russland, Kanada und Dänemark eine Regelung, eine politische Lösung, eine diplomatische Lösung finden. Man könnte ein Gericht damit beauftragen, aber das müssen sie beauftragen. Das fällt nicht vom Himmel und hat Zuständigkeit. Wenn jemand von uns mit seinem Nachbarn darüber streitet, ob man die Zweige vom Kirschbaum, ob die jetzt über der Grenze sind oder nicht, dann kann das vor Gericht gehen. Es war verbindlich, ob mein Nachbar das möchte oder nicht. Ich kann dafür sorgen, dass dieser Fall zu Gericht kommt. Der Richter wird das vielleicht nicht seinen wichtigsten Fall finden, aber es kommt zu Gericht. Die Situation Russland, Kanada, Dänemark kommt nicht automatisch zu einem Gericht. Nicht mal zum internationalen Seegerichtshof, der zwar die Zuständigkeit hat, verbindlich zu entscheiden, aber Ausnahmeregelungen vorsieht für Souveränitätskonflikte. Das heißt, wenn es um die Souveränität, wenn es um das Staatsgebiet geht und die daran anschließenden Meereszonen, dann können Staaten sich auch von ansonsten verbindlicher Streitbeilegung zurückziehen. Und damit kommen wir zum Abschluss zum südchinesischen Meer. Auch da ist das entsprechende Schiedsgericht an seine zumindest institutionellen Grenzen gelangt. In diesem Schiedsspruch ist festgestellt worden, dass keine dieser kleinen winzigen Erhebungen, von denen es dort Tausende gibt, eine Insel im Sinne des Seerechtsübereinkommens ist. Und damit gibt es keinerlei Rechte auf eine ausschließliche Wirtschaftszone. Was auch bedeutet, dass kein Staat dort entsprechende Umweltgesetzgebungen erlassen kann. Das nur Staat zugewiesen. Wer aber die Herrschaft, wer die Souveränität über diese ganzen Erhebungen ausübt, das konnten sie nicht entscheiden. Das durften sie nicht entscheiden. Das war außerhalb des Mandats, was dazu führt, dass jetzt keiner mit dem Schiedsspruch zufrieden ist. Nicht mal die Philippinen, die das Verfahren initiiert haben, ist mit dem Schiedsspruch zufrieden. Alle sind unzufrieden und die Probleme sind die gleichen. Und damit sind wir nochmal auch bei der Nachhaltigkeit und bei der Ausbeutung. Denn es geht im südchinesischen Meer neben strategischen Interessen und anderem mehr. Natürlich um die Ausbeutung von Ressourcen. Die ist weiterhin ungeklärt. Wenn aber alle Gewässer dort jetzt mehr oder minder hohe See sind, ist das einer nachhaltigen Fischerei nicht zuträglich, um das ganz vorsichtig zu sagen. Einige Staaten, die nebenbei die Grenzfragen, die offene Grenzfragen mit ihren Nachbarn haben, sind deshalb nicht Partei zum Seerechtsübereinkommen geworden. Venezuela zum Beispiel. Was eigentlich nicht ganz nachvollziehbar ist, denn ich hatte Ihnen gerade gesagt, man kann Partei werden und sagen, mit Grenzfragen, darüber dürft ihr nicht entscheiden. Aber trotzdem, das ist eine Motivation, nicht sich zu diesem Vertragswerk zu bekennen. Ich möchte zu einem kurzen Ausblick kommen, um versuchen, einen positiven Ausblick zu versuchen. Es gibt natürlich auch weiterhin Entwicklungen im internationalen Seerecht. Es ist nicht so, dass wir jetzt statisch den einen Vertrag haben und das ist zementiert und wir müssen mit den Problemen und mit den Lücken im Recht und der schlechten Durchsetzung leben. Es gibt Bewegungen, Lücken zu schließen, mehrere besser zu schützen, zu verwalten, nachhaltig zu nutzen. Auf die Versuche, ein irgendwie geartetes Abkommen zu verhandeln in einer sehr frühen Phase, was sich mit genetischen Ressourcen befassen wird, was sich mit der Ausweisung von Marinenschutzgebieten auf hoher See befassen wird und der Verteilung von entsprechenden, auch mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung und einer finanziellen, einer Verteilung von finanziellen Mitteln. Das ist eine aktuelle Entwicklung, die sehr positiv zu sehen ist. Warum auf einmal da so ein, nach mehr als zehn Jahren Verhandlungen, die sich im Kreis gedreht haben, auf einmal so ein Moment da war, zu einer echten Vertragsentwicklung zu kommen. Warum das so war, weiß man nicht. Aber das ist etwas, was ich positiv bewerten möchte. Gleichzeitig auf politischer Ebene ist der Meeresschutz im Moment sehr populär, nicht nur durch das Wissenschaftsjahr. Mit dem SDG 14, dem Sustainable Development Goal, dem Nachhaltigkeitsentwicklungsziel 14, haben die Ozeane und die Küsten ein eigenes Ziel im Rahmen dieser Nachhaltigkeitsziele erhalten. Für die jetzt Indikatoren entwickelt werden, um die anschließend mit Leben zu füllen und von dieser abstrakten, politischen, dieser diplomatischen Ebene tatsächlich runterzubrechen auf die Ebene der Bevölkerung, auf diejenigen, die die Meere nutzen und am Erhalt der Meere interessiert sind. Sei es aus Gründen, weil ich sage, ich verbringe dort meine Freizeit oder ich handele entsprechend auf die Ebene derer, die von den Meeren abhängen. Dennoch, und das ist der pessimistische Ausblick, scheinen im Moment die Probleme zu überwiegen und ich glaube, man sollte sich bewusst sein, dass jeder Einzelne beitragen kann und dass auch Staaten mehr machen können als ein vielleicht schwacher internationaler Rahmen. Es ist ganz klar, viele Probleme, die die Meere haben, die weltweite Überfischung, der Klimawandel, Meeresverschmutzung kann ein Staat nicht alleine gänzlich lösen. Das ist klar. Für Umwelt, für Ocean Governance und internationales Umweltrecht brauche ich immer Kooperation. Aber das heißt nicht, dass Staaten sich zurücklehnen sollten und sagen, ja, die anderen machen nicht mit, also machen wir auch nichts. Natürlich könnte ein Staat dazu beitragen, dass die Verschmutzung der Meere von landbasierten Quellen durch die Flüsse, durch die Küsten gestopft wird. Deutschland jetzt vielleicht als Mitglied der Europäischen Union ist etwas problematischer, aber ein einzelner Staat könnte natürlich innerstaatlich Plastiktüten verbieten, wenn ich weiß, die wehen alle ins Meer. Da muss ich nicht warten, ob es irgendwann einen internationalen Vertrag zum Verbot von Plastiktüten geben wird. Das wird es natürlich nicht geben. Das heißt, Staaten könnten viel mehr machen und das ist meine Aufgabe der Zivilgesellschaft auch darauf hinzuwirken, dass die Staaten mehr tun. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen und eine lebhafte Diskussion. Vielen Dank.